Ja, auch sie hatte unwahrscheinlich viele Anrufe, eine wunderbare Jury-Wertung und somit landete sie auf Platz 2 der Best-Off-Sendung. Eine sehr, sehr sympathische Sängerin, die mit unwahrscheinlich viel Temperament immer auf die Bühne kommt und auf der Suche nach ihrem Single-Boy die Herzen des Publikums erobert hat. Platz 2 der Best-Off-Sendung der MPTV-Schlager-Hitparade, der geht an Annabelle, Prinz und Single-Boy. Platz 3 der Best-Off-Sendung der MPTV-Sendung der MPTV-Sendung der MPTV-Sendung der MPTV-Sendung. Platz 3 der Best-Off-Sendung der MPTV-Sendung 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 der MPTV Und sie trägt die Himmel wert Es ist wahr, das Lieben war nicht immer fair Ich bereue nichts, ich liebe einfach zu sie Immer dann, wenn einfach nichts mehr weitergeht Kommt das Glück, das dich auf Lügen trägt Starke Männer suchen Mädchen, schöne Mädchen suchen mehr wie dich Hello Single Boy, Hello Single Girl, stell dein Herz nur auf Empfang Dann kommt irgendwie oder irgendwann dieses Glück schon bei dir an Hello Single Boy, Hello Single Girl, lass die Sonne in dein Herz Wenn man träumen kann, fängt die Liebe an und sie trägt die Himmel wert Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Hello Single Boy, Hello Single Girl, stell dein Herz nur ab und fangt Dann kommt irgendwie oder irgendwann dieses Glück schon bei dir an Hello Single Boy, Hello Single Girl, lass die Sonne in dein Herz Wenn man träumen kann, fängt die Liebe an und sie trägt dich Himmel wert Hello Single Boy, Hello Single Girl, stell dein Herz nur ab und fangt Dann kommt irgendwie oder irgendwann dieses Glück schon bei dir an Hello Single Boy, Hello Single Girl, lass die Sonne in dein Herz Wenn man träumen kann, fängt die Liebe an und sie trägt dich Himmel wert Oh, 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 oh Oh, 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 oh Annabelle Prinz von der Single Boy auch Sie wird natürlich nachher noch einmal zu uns kommen Ja und natürlich wollen wir auch ihr noch die Trophäe jetzt überreichen ganz offiziell und ich darf sie noch einmal zu mir auf die Bühne bitten. Platz 2 der Best-Off-Sendung Annabelle Prinz Liebe Annabelle auch dir herzlichen Glückwunsch Es gibt Ah da wird's gratuliert gegenseitig zuerst die Trophäe Platz 2 der Best-Off-Sendung und natürlich auch du eine Urkunde Hast du noch was zu sagen für deine Fans? Ich möchte mich bei allen bedanken, die auf mich geglaubt haben und denen, die auf mich nicht geglaubt haben, möchte ich danken dass die mich dazu getrieben haben das zu schaffen Vielen herzlichen Dank Annabelle Prinz Und natürlich